Was nicht könnt, dann... Oh, hab ich viel verbündete. Welcher bitte? Er wird's keinem Beistand. Das ist wohl nicht dein Ernst, oder? Ah! Da hab ich ja noch jemanden. Den schick ich gleich mal gegen die Franzosen hier runter. Hier kann man sehr viel auf dem Wasserweg machen, wie ich sehe. Das soll auch gut so sein. Great Lakes. Meine restlichen zwei Schiffe oder so vermisse ich, glaube ich, noch. Wenn die ankommen, dann... Boah, dieser Frame-Rate-Einbruch geht mir vielleicht einmählich echt auf den Sack. Okay, wisst ihr was? Dann beenden wir halt die Runde, bevor ich jetzt ewig durch die Gegend lege. Ach ja, genau. Da war ja was. Ich wollte ja noch Tschetschenien schnell platt machen, damit ich noch eine Provinz habe da unten. Falls die Maraten mich angreifen sollten, dass sie aber nicht wagen werden. Hoffe ich zumindest für die. Was, wieso streiken jetzt die Arbeiter? Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Da war doch gerade noch alles grün. Männer, vorwärts! Bereit machen! Marsch! So. Whisky wurde erfunden. Wunderbar. Baubericht. Freudenhaus in Norwegen ist fertig. Das heißt, da werden wir gleich noch Lustgärten bauen. Ach, da haben wir noch eins. Wo denn? Ich sehe in diesem verkackten Norwegen feuchten echt. Werkzeugmaschinen. Warum habe ich das eigentlich noch nicht erforscht? Er fordert Wohlstand der Nation. Irgendein General. Flotte kommt an. Perfekt. Flotte kommt an. Und Flotte kommt an. Sehr gut. Ah, sieht schon gut aus. Dann reiße ich noch das Kolleg nieder. Dann sollten die hier endgültig ab das Kacken kriegen. So, warum seid ihr hier jetzt sauer? Könnt ihr mir das mal verraten irgendwie? Spackos. Ja, mein Lord. Danke! Wir sind mächtig und unbesiegt! Oh Gott. Ah, Fraktion vernichtet nur. Montaganis. Erobert und Fraktion vernichtet. Boah. So ein Pech aber auch. Ihr kriegt erstmal ordentliche... Was? Waffenschmiede. Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Ich meine, jetzt muss ich eigentlich niederreißen. Konvertiert die Bevölkerung zum Animismus. Ich muss diese Siedlung komplett neu aufbauen. Wir ratten im Käfig! Zu den Waffen! Gut, damit hätten wir die nächste Provinz eingenommen. Jawohl, Käpt'n! Oh, eine sehr hohe öffentliche Ordnung. Das ist schon mal gut. Das bedeutet, wir können die Armee gleich wieder weiterschicken. So, unsere ersten Besitztümer in Amerika. Ohne Konföderation haben wir hier mehr von denen. Nicht nur... Ne, Rohnen haben wir bloß eine. Wir sind zu Obert Ruppertsland. So, meine Flotten sind angekommen. Sollten die von da unten kommen? Jawohl, sie kommen von da unten. So. Hier schon mal die erste Schlacht gleich mal gegen die Piraten. Die haben ja da gar nichts drin. So. Denen spendieren wir gleich mal alles, was wir ihnen spendieren können. Die Leute sollen uns ja lieben. Dafür, was wir alles für sie tun. Wir sind ja die großen Befreier. What else? Jetzt holen wir uns die ganzen edlen Handelsgüter. Ah, jetzt sind die mal schnell darüber geschwommen, ja dann. Wunderbar! Hier sollte eigentlich ein General in der Armee sein. Naja. So. Gut. Ja wunderbar. Wunderbar. das gefällt mir ja richtig wie es hier läuft Piraten im Krieg sieht es denn hier aus, öffentliche Ordnung sieht gut aus Provinz erobert Inseln über dem Winde Karl Krause ist kaltköpfig unter Beschuss Provinz erobert Inseln unter dem Winde Inseln über und unter dem Winde ist ja auch lustig das gehört jetzt alles den Piraten kaum herrscht da kein Recht und Ordnung mehr von den Spaniern her geht schon alles vor die Hunde so Ottavar Rebellen im Krieg oh ihr seid jetzt nicht ernsthaft vor der Stadt eingeschlafen uh wie steht in Quebec eigentlich den Amerikanern das möchte ich jetzt ganz gern mal wissen so schauen wir uns hier doch mal an Quebec Verbündete okay Großkolumbien Irokesen Konföderation Osmanisches Reich Handelspartner okay Vereinigte Staaten das heißt die haben eh nicht mehr viel zu lachen gut ähm ja noch in den erbeuteten in den eroberten Provinzen das ist ja schon erbeutet in den eroberten Provinzen erstmal alles aufwerten was aufzuwerten geht genau dann dann werfen wir doch noch mal einen ganz kurzen Blick rüber nach Europa irgendwie klappt das nicht so wie ich mir das vorstelle ach das wird noch nicht eingerissen okay muss ich den dann muss ich dann schon einzelne Gebäude in der Stadt einreißen das will ich eigentlich gar nicht alle mit so viel Mühe aufgebaut naja jetzt machen wir einfach mal weiter ich hab eigentlich keinen Bock die Steuern zu erhöhen weil ich genau weiß was das wieder mit sich bringt rebellieren sie mir überall oh das ist jetzt ein bisschen gay warte mal warte mal warte mal fahr doch nicht so weit weg Mensch okay ich seh schon ich muss meine Schiffe mal zusammenschließen dunkler Tag in den Neuengland Staaten okay über den Regionen von Neuengland hat sich der Himmel so stark verdunkelt ach so Hurricane okay Baubereicht die nächsten Pflasterstraßen sind fertig so Ausbau 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 alles ausbauen ach ja genau Tschetschenien Dagestan die sind uns freundlich gesonnen und wir haben Handel im Krieg mit dem Maratenreich ja dann Krieg erklären jawohl alle beigetreten Oh Belagerung beginnen sie verstecken sich hinter ihren Weibern okay die haben da ein bisschen mehr drin als ich dachte oh fuck na gut die schicken hoffentlich irgendwas gut wie sieht es jetzt in Berlin mittlerweile aus ah sie sind schon gelb okay haben es echt geschafft die runter zu bringen okay ach dann reißen wir doch die Mauern nieder mein Gott rebelliert ihr Säue so wie sieht es denn jetzt hier aus sieht es ganz gut aus eigentlich ein Magistrat erstmal errichten so jetzt kümmern wir uns erstmal um dieses Piratenproblem hier unten Befehle kümmern wir uns erstmal um das Okay, hier brennt's. Reparieren. Gut, hier gerät der Vormarsch gerade ein bisschen ins Stocken. Alter, was werden die mir hier jetzt so umgehalten? Ermöglicht Indianermusketenhilfstruppen. Na gut, dann lassen wir das mal. Wildnis interessiert keine alte Sau. Huronen-Konföderation. 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 Die scheinen irgendwie nichts zu haben. Hat es irgendwelche Konsequenzen, wenn wir die jetzt angreifen? Nö. Die mag auch keiner. Na gut. Segel setzen. Warte auf weitere Befehle.